Ihr wollt doch bestimmt sehen, wie die fertig aussehen, oder? Da sind sie, bzw. hier ist wieder noch einer in Arbeit. Da ist schon einer fertig. Geht rotzuck, ganz einfach, man muss eben einfach nur in der Lage sein, morgens ein bisschen früher seine Hintern aus dem Bett zu bewegen und schon kann ich mir morgens meine Zwischenmahlzeiten für den ganzen Tag richten. Ist eigentlich ganz easy, 5 Minuten, dazu noch das ganze Aufpeppen, also dieses Pancakes-Mix von MyPro5 mit Hafermehl, einfach noch 2 Volleier dazu rein, oder auch nur 1 Vollei oder 2 Eier, 1 Eigelb, 1 Eigelb lässt man weg. Je nach Stoffwechselstück, je nach Menge an Fett und Protein und Co. die man braucht, kann man es sich individuell gestalten. Dazu noch eine schöne große Handvoll Nüsse dazu, ca. 50, 60 bis zu 100 Gramm, auch wieder stoffwechselstückabhängig und schon habe ich eine perfekte Zwischenmahlzeit und kann mich artgerecht ernähren. Ganz easy! Ok, wünsche Euch was!